Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir befinden uns in der Katakomben der Kriegsopfer. Eigentlich müsste jetzt auch, ja, das Ding hier ist nicht mehr zu sehen. Wir haben die Katakomben endlich gefunden. Da liegt unser Zeug. Wir machen erst mal hier das wieder hin, weil ja, wir müssen unser Zeug retten. Wie immer eigentlich. Und wie immer werde ich hier wahrscheinlich die falsche Richtung nach oben gehen. Oh! Ist denn bei euch kaputt? Wir müssen da drüben hoch. Das ist falsch. Na, hört ihr mal auf oder was? Was soll der Scheiß jetzt? Und mit einmal habe ich 19.000 Drohnen verloren. Ich wollte ihn eigentlich mit meinen Pfeilen abschießen, aber die anderen haben mich voll gestört. Naja, jetzt haben wir wieder null. Äh, wer hätte das gedacht? So schnell geht's. Ja. 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 Ekelhaft. 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 Die ganze Zeit habe ich es mir zurückgeholt und jetzt sowas. Ach ja. Ah, Hilfe! Jetzt kann ich mich doch mal hier runterfallen lassen. Geht's denn hier hin? Au! 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 Wie viele seid ihr denn? Ah! Mach ich den! So viel schön Ruhe! Oh, davon liegt was? Schwärz, Reinvoll, Stulben Ihr macht das mal, kämpft ihr mal gegen euch selbst Spannende Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Seid ihr doch alle doof? Wieso schrecken die mich alle so? Das Problem ist ja, wenn wir die umbringen, die kommen einfach wieder. Es ist ja jetzt noch nicht mal so, dass die irgendwie verschwinden. Warte mal, wir haben doch hier von denen Ausrüstung gekriegt. Hier, das haben wir auch gekriegt. Oh. Wir haben noch was gekriegt. Angst. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bin ich echt in so einem Vieh gestorben. Ich bin echt in so einem Vieh gestorben. Ich bin echt in so einem Vieh gestorben. Ich bin echt in so einem Vieh. Ich bin echt in so einem Vieh gestorben. Ich bin echt in so einem Vieh gestorben. Das habe ich jetzt gesehen. Oh. Das geht ja nirgendwo. Oh. 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 Hör auf zu krautschen. Das Asche ist irgend so ein... Da, 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 da... Hi. Oh. Oh. Oh Gott. Irgendwann ist die Tür geöffnet. Ach, ich hab's falsch getrunken. Das wollte ich doch trinken. So, kriegen wir jetzt hier unten noch irgendwie zusammen... Ein paar Dings zusammengesammelt. Und dass wir irgendwas tun müssen. Oh Gott, das ist hier beschissen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Ich bin eher so die Hinterlistige. 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 Oh. 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 Habt ihr jetzt den Kampf hierher verlegt? Etwa? Ich bin eher so die Hinterlistige. Wie entgegnet er hier ist? Ich bin eher so die Hinterlistige. Könnt ihr bitte zu mir kommen? Hier. Ich bin hier. Ich bin eher so die Hinterlistige. Oh. Warte mal. Hier hinten ist einer. Also man darf nicht einfach nur zugucken. Das mögen die nicht so. Oh. Komm wieder her. Ah. Ah. Geh weg. So. Ich hab gar nicht geguckt wie lange ich brauche jetzt. Oh. Jetzt kam doch schon wieder. Ja. Da kommt wieder einer. Ich hab's gehört. Wir gehen wieder hier in unseren Schützendengang. Ah. Was für Feigling, ey. Oh. Ich glaub einen brauchen wir noch, oder? Ja, da kommt einer. Ui. Okay, den nehmen wir noch mit und dann müssten wir eigentlich einen Devil abhaben, oder? Komm bitte heran. Oh, da kommt noch einer. Au. Hat wehgetan. Na komm. Ach, die kommen hier alle nacheinander. Ja, aber sicher. Kommen sie ran. Kommen sie ran, können sie gucken. Aber dann nach dir will ich nicht mehr, okay? Nö. Lasst mich. Ich gehe jetzt zurück zur Gnade. Ich glaube, ich habe schon ein Level ab. Deswegen lasse ich mir von euch nicht mehr stehlen. Haha. Nee, nichts Zeit vertreiben. Stufenaufstieg. Ui. Was machen wir? Stärke. Ähm. Ach, wisst ihr, was mir auffällt? Wie machen wir das? Ich habe doch immer den doofen Talisman ausgerüstet, den ich wegen des Pferdes ausgerüstet habe. Hm. So, toll. Nochmal hinshocken. So. 5000 haben wir jetzt übrig. Die sind doch die ganze Zeit nach unten gerannt. Die sind doch die ganze Zeit nach unten gerannt, warum rennen die ausgerechnet jetzt nicht nach unten? Ach du Gott. Oh mein Gott. Ein bisschen Angst. Rista? Oh nee. Boah nee. Warum ist hier immer alles stinkend? Oh nee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Watch the Wapnix. Oh nein. Oh nein, ich habe es zweimal gemacht. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen beim stinkenden Baumviech. Baum. Bestinkender Baumgeiß oder so. Bis dann. Tschüss.